Viele von euch fragen mich regelmäßig, womit ich meine Videos erstelle. Da dachte ich mir, ich stelle euch das einfach mal vor, denn wenn ihr eine Präsentation mal ohne PowerPoint und Co. machen möchtet, dann habt ihr mit Pretzi eine gute Alternative. Die beste Nachricht gleich zu Beginn. Pretzi ist kostenlos und ihr könnt es ohne Zustimmung eurer Eltern nutzen, sofern ihr schon 13 seid. Wenn nicht, fragt eure Eltern. Damit die gleich wissen, welche Daten ihr preisgeben müsst. Ihr meldet euch dort mit eurem Namen, eurer E-Mail-Adresse und einem eigenen Passwort an. Mehr nicht. Wenn ihr eine E-Mail-Adresse habt, die eurer Schule gehört, dann könnt ihr sogar kostenlos mehr Speicherplatz bekommen, welcher sonst 3,60 Euro im Monat kostet. Aber um euch nicht zu verwirren, egal welche E-Mail-Adresse ihr nutzt, ihr habt immer Zugang zu einer kostenlosen Version. Und genau um die soll es hier gehen, denn ich denke, wenn ihr Pretzi ausprobieren möchtet, dann werdet ihr mit der kostenlosen Version beginnen. Alle Präsentationen, die ihr erstellt, sind öffentlich. Es kann sie also jeder ansehen und ihr habt 100 MB zur Verfügung. Wie viele Präsentationen sind das? Das hängt natürlich immer davon ab, wie groß eure Pretzi ist. Je mehr Fotos und Text ihr einfügt, desto größer ist die Datei. Um euch einen groben Überblick zu geben. Meine Präsentationen sind vom Umfang her meist so wie diese hier und davon habe ich momentan 26 Stück und belege gerade einmal 7% der 100 MB. Wenn ihr das nur für die Schule haben wollt, dann reicht euch das also locker, zumal ihr ja alte Präsentationen auch wieder löschen könnt. Pretzi funktioniert in der kostenlosen Version nur online. Ihr braucht also einen Internetzugang, um Präsentationen zu erstellen und zu bearbeiten. Aber nicht, um sie vorzuführen. Also keine Sorge, wenn ihr in der Schule keinen Internetzugang habt, könnt ihr die Pretzi trotzdem vorführen. Dabei ist es aber wichtig, dass ihr keine Online-Inhalte habt, wie zum Beispiel ein YouTube-Video, denn um das abspielen zu können, ist wieder ein Internetzugang notwendig. Pretzi ist leider nicht auf Deutsch verfügbar, so dass ihr möglicherweise nicht alles versteht. Aber es erklärt sich meist von selbst und hat auch nicht allzu viele Funktionen. Trotzdem soll euch das nicht davon abhalten, wenn euch das Programm gefällt. Darum will ich euch jetzt kurz zeigen, wo ihr was findet. Wer bereits gut Englisch spricht, der darf nun also gerne das Video beenden. Oder zuschauen und erkunden, was es alles gibt. Nachdem ihr euch eingeloggt habt, bekommt ihr eine Übersicht über alle eure Präsentationen und könnt hier auch gleich eine neue erstellen. Ihr könnt aus ganz vielen verschiedenen Vorlagen wählen oder ihr startet mit einer leeren Vorlage. Oben in der Leiste findet ihr dann neben dem Präsentations- und dem Speicherbutton die Optionen, einen Rahmen einzufügen, Medien einzubauen und die Vorlage anzupassen, also zum Beispiel die Schriftart und die Rahmenfarbe festzulegen. Rahmen sind übrigens sehr wichtig, denn sie ersetzen die einzelnen Folien, wie ihr sie von anderen Programmen kennt. Wenn ihr Objekte zusammen erscheinen lassen wollt oder ein Rahmen nicht passt, könnt ihr auch einen unsichtbaren einfügen. Möchtet ihr Medien einfügen, habt ihr neben Fotos, Musik und Videos auch die Möglichkeit, eine PowerPoint-Präsentation hochzuladen oder sogar eine PDF-Datei zu nutzen. Schaut auf jeden Fall auch bei den Symbolen vorbei, die nutze ich immer sehr gerne und ihr könnt aus unterschiedlichen Bereichen Bilder wählen. Möchtet ihr etwas einfügen, müsst ihr es nur an die richtige Stelle ziehen und die Größe anpassen. Das ist alles. Texte fügt ihr durch Klicken ein und könnt sie ebenfalls in der Größe und der Position frei anpassen. Wenn ihr ein Objekt auswählt und mit der rechten Maustaste darauf klickt, könnt ihr auswählen, ob es im Vordergrund oder im Hintergrund angezeigt werden soll. Dadurch könnt ihr verhindern, dass wichtige Objekte von anderen verdeckt werden. Habt ihr eine Präsentation fertig, könnt ihr die Reihenfolge der Station in der linken Navigation festlegen. Hierzu klickt ihr auf Edit Path und schiebt die Station in die gewünschte Reihenfolge oder klickt auf sie, um sie hinzuzufügen. Wollt ihr eine Station langsam aufbauen, klickt auf den Stern neben der Nummer und wählt nun der Reihe nach aus, was wann erscheinen soll. Jeder Wechsel muss von euch nun manuell per Tastatur oder Maus ausgelöst werden. Wollt ihr die Präsentation offline vorführen, könnt ihr sie einfach herunterladen und dann im Vollbildmodus mit einem Beamer an die Wand projizieren. Pretzi erklärt sich meist von ganz alleine und da es so wenige Funktionen hat, kann man auch nicht viel falsch machen. Wenn doch, gibt es ja zum Glück eine Taste, mit der ihr Änderungen rückgängig machen könnt. Auch wenn sich das wie Werbung anhört, so kann ich euch Pretzi wirklich sehr empfehlen, weil ihr damit nicht nur schöne, sondern auch mal andere Präsentationen erstellen könnt. Was sich gerade in der Schule gut macht und da Pretzi kostenlos ist, lohnt es sich in jedem Fall. Das war mal ein völlig anderes Video auf diesem Nachhilfekanal, aber auch das dürfte hilfreich für die Schule sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Pretzi und bei euren Präsentationen. Ganz gleich, womit ihr sie erstellt.